Oh, hier ist Kobalt. Wenn wir Kobalt haben. Ja, wenn wir Kobalt haben. Oh mein Gott! Ich schwöre, das sind über 20. Leute, alle Abonnenten, zählt das jetzt mal. Zählt! Zählt! Jetzt auf der Stelle. Wie viele? Wo kommen die jetzt her? Das sind wahrscheinlich die, die vorhin nicht spawnen wollten. Und da ist Orichialium, oder wie das heißt. Das Pinke. Orichialium. Oh ne, Mann, das sind mehr als 20. Ich schwöre. Das sind mehr als 20. Ball des Schmerzens. Diese Übersetzung. Ja, übel. Före mal weiter in den Kisten, was so toll übersetzt wurde. Das waren über 20 gerade. Schiefe Statue. Ich habe jetzt sogar ein Gold bekommen. Und fast wieder so viel Silber wie vorhin. Da ist Orichialium. Ey, das soll mir jemand wirklich nachmachen. So viel auf einmal umbringen. Verdächtig ausschauendes Auge. Da oben ist noch ein Altar. Magische Rakete. Todeskraut. Todeskraut. Deathweed. Ja natürlich. Was gibst du denn noch? Keine Ahnung. Ich falle. Wasserblatt. Hier sind noch drei von denen. Ekelpilz. Das ist ekelhaft. Ich komme jetzt nach oben, okay? Okay. Falls ich es überlebe. Komm mir bitte mal entgegen. Weil die tollen Übersetzungen gucken. Nein. Beispiel wie... Nein. Dunkelne Lanze und Ekeldorn. Violet Horn? Ja. Ekelhorn. Gern ernst. Ja. Gute Übersetzung. Sein gut. Sein gut Deutsch. Hat einer Deutsch studiert. Deutschsprachige Übersetzungen. Weißi. 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 Extra türkisch gelernt, Leute. Ich falle in genau diese... Ich komme, Breaker. Hallo. Willkommen. Wenn mir jetzt das scheiß, ähm... Dings hier... Typen gegen kommt. Hallo. Ich hab's überlebt. Wir haben jetzt Haufen Materialien. Die wir nicht abbauen können. Wie sollen wir das jetzt bitte mit den, ähm... Abmachen? Wir nehmen einfach Bomben. Wir haben Haufen Bomben. Ah nein, die kann man ja nicht in die Luft sprengen. Nein. Nein. Elamid? Die sind nicht sprengbar. Da, ich geb mal unsere kleinen... Sexy Monstro... Ui. Wunderschön. Übertrieben groß. Aha, ich wechsle den Kopfhörer. So. Ähm, tu mal überall alles quicksacken, obwohl du, glaub ich, irgendwas dabei hattest, oder? Hab ich schon. Hab ich schon. Du mit deinem... ...Mod brauchst du mir nie wieder geben. Was macht der Vogel hier? Aha. Wollte ein Haustier überarmen. Ich wollte Vögeln. Hehehehe. 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 Die war so schlecht, ich hab schon wieder mal Krebs bekommen. Schon wieder. Ja. Von dir selber, weh? Klar. Von den Pfeilen hab ich ja so wenig. Gravitation Potion brauchen wir nicht. Water Walking Potion nehm ich mal zwei Stück mit. Alter, ich hoffe die zu schmeißen. Verschwendung. Ich hab ja von denen nur... 500... ...tausend. Ich hab nur ein paar tausend von denen. Jünger. Komm, gehen wir. Wohin? Gehen wir in die Hölle. Ich gebe dir Tränke. Und du nimmst genau die Tränke, wie ich dir sage. Strahle, Trank, Eisenhaut. Komm mit. Eisenhaut? Was war das? Skin Potion. Iron Skin. Nimm jetzt schon mal die Shine, Ironskin und Night Owl. Und bitte fallen nirgends tot runter. Wo ist meine Erde? Ach, meine Erde hab ich aus ihm weggepackt. Egal, jetzt hab ich Goldfische da. Oh, wo kommt der denn her? Der ist, glaub ich, deine Reise mitgekommen. Das sind wahrscheinlich noch die Überlebenden. Egal. YOLO. Haha. Gut. Idiot. Bacca. Da ist noch einer links. Gut. Müssen wir uns alle merken. Wir wollen fast alle zerstören. Wir brauchen nämlich einen... Oh, man. Schieß du auf ihn. Oh mein Gott, wo kommen die wieder her? Mein Goodiebag. Ich schau mal ganz kurz. Ich hab Eier. Ich schmeiß ihn mit Eier ab. Ich schmeiß ihn grad wirklich mit... Oh, ich hab ihn sogar mit Eier umgebracht. Weißt du, wie die heißt da? Da ist ein Sprachfehler drin, in Deutsch. Da stand graue Quale. Cool. Ich hab nicht gewusst, dass sie auch farbenblind sind. Die Übersetzer. Ja. Ach, in drei Minuten sollten wir unten sein. Passt. Also wir müssen irgendwann noch einen direkten Zugang zu einem noch bauen, falls wir irgendwie noch Boss-Items oder was weiß ich was brauchen. Da siehst du, da ist Orichalium wieder. Geil. Orichalium. Alter, gut. Jetzt wissen wir schon mal, wo was ist. Oh, geil. Ich kill ihn. Yes. Du bist mal wieder eine Leuchte, oder? Oh, hier ist Kobalt. Und hier wieder Orichalium. Ich seh das denn nicht. Hä, doch. Ich hab keinen Ding-Potion eingesetzt. Und da unten ist auch nochmal. Oh, geil. Bitte, 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 bitte. Den müssen wir jetzt killen. Den müssen wir jetzt killen. Aber der hat hoffen Leben. Ja, okay. Im Gegensatz zu uns. Last Breaker in Ruhe. Du alte Oma. Double Penetration. Wir müssen hier hoch. Oh, okay. Oh, und hier ist wieder Orichalium und Kobalt unten. Das ist gut, das Zeug. Die Rüstung kann ich nur empfehlen. Oh mein Gott. Bleib einfach bei mir und schieß einfach. Scheiß Eis-Element. Ich geb die Rückendeckung. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Äh, guck mal da unten, was da noch ist. Ja, ist mir grad Latte. Oh cool. Was ist denn das einer? Ich heal mich mal schnell. Schieß du ihn ab? Los. Oh oh, ein Schaf. Oh, ich hab eine Soul of Night. Schaffst du's? Komm. Nein, was machst du? Okay, wir sind am Arsch. Nein, sind wir nicht. Pivistal ist da. Nein, nicht da rein! Heil dich, heil dich! Schnell, 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 schnell! Heil dich! Loll! Ja, du hast wahrscheinlich dich nur mit dem Pilz geheilt oder so. Nee. Okay, ich warte hier auf dich. Ich hab, ich hab, ich hab auf ein Dings geklickt, ist nichts passiert. Ah, hast du keine Träcke dabei? Jetzt geht das erst. Ah, lol. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Drei Mal hintereinander ging nicht. Okay, ich hab eine Eisschildkröte umgebracht, ich warte hier auf dich. Okay. Wieso sind wir mit so einer Rüstung reingestartet, Mann? Ich weiß es nicht. YOLO. Wieso nicht mit der anderen? Mit der anderen hab ich mich schon dran gewöhnt, dass ich... Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte. Jetzt muss ich schauen, dass ich die übertöne. Hört man mich überhaupt? Ja. Yay. Wunderschön, wunderschön. Deine schöne, ververse Stimme. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Was denn? Ja, das geht schon. Okay, gut. Nur eine Rüstung und Slime, die sich hier unten angesammelt haben. Oh yeah, hier haben wir Adamantit. Können wir ja so gut abbauen. Ja, ich sag allgemein. Dude. Allgemein. Ja, und jetzt sagst du allgemein, das kennen wir nicht, der Bohn. Pff, weißt du, jetzt werde ich in die Hölle gehen und eine einzige Spitzhacke machen, und dann, dass wir ganz, ganz schnell wieder alles andere machen können. Und hier ist nochmal... Oh, cool, das lila Teil. Och, idiom. Alter, ich hab schon vier Souls of Night. Oh nein, eine Schildkröte. Ich werde sie penetrieren mit meinem Schwert. Und ich hab sie umgebracht. Oh, ich starb. Oh nein, ein Goldfisch. Alter, hier sind zwei von den Fuckteilen da. Ähm... Ich hab auf einer Seite drei Schildkröten gesehen, also... Oh! Lol. Dann bleib ich hier liegen. Die Schildkröte hat mich penetriert. Und... Ich bin einfach nur runtergegangen und... Ja, tot. Die hatte ich schon vor 200.000 Metern gesehen. Tot. Tot. Na klar. Wieso ich? Immer ich. Immer auf die Schwachen. Immer auf die, die sich nicht wehren können. Quicksteck. So, jetzt mach ich aber mal was Fieses. Ich nehm Bomben mit. Nehm unsere Hellstone Bars mit. So viel es geht und... Ich glaub's gar nicht, wie angepisst ich jetzt bin. Weil die jetzt natürlich bohren müssen. Was ist das für ein Vieh? Wisst ihr was? Ich bohre gleich in deren Schädel. Piguron. Was? Piguron. Piguron? Kenn ich gar nicht. Search mal. Piguron. Ah, Pi... Ja doch, doch kenn ich. Piguron. Diese schwulen... Lederne... Lederne, pinken Dinger. Kann sein, dass wir kein Obsidian mehr haben? Ja, vielleicht. Oh mein Gott! Ohne Scheiß, was haben die? Wir haben Langeweile. Oh, Piguron muss aufnehmen. Wir müssen jetzt bohren. Genau jetzt bohren wir. Und du denkst... Die denken sich dann nur noch... Oh, Spider bohren. Aber der Bohrer geht immer wieder kaputt. Der war wohl broken. Ich hab jetzt Zwiftnis Potion, dass ich ganz, ganz schnell bei dir sein kann. Ich hab Zwiftnis Potion, dann noch das, dass wir alle Teile sehen können. Äh, oder? Ja, ich hab sogar Hunter Potion eingesetzt, aber nicht unsere heilige Ding Potion. Äh, unsere... Wer heißt das, damit wir Schätze finden können? Spelunka. Ja genau, Spelunka. Oder Schatzsuchertrank. Ja. Hm, da ist eine Rüstung. Oh, ich hab eine neue Hülle, da du dirchen denkst. Äh, du bl 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 bl. Ich sag nur, ähm... Drop the Bass Biblium. Glibber. Was? Glibber. Lecker und brennbar. Leuchtwurzelsaat. Scheiße, ey. Ich bin meinem Scheiß voll schaden. Leuchtwurzelsaat. Oh mein Gott. Hier ist Orichaldium. Okay, ich bin gleich bei dir. Sowieso das Tollste ist... Höhlen... Alter, was ich für Skills habe hier. Look at that fucking skills I got. Ich sitz hier rum, also eher schwebe mit den... Du brauchst gar nicht... Ah, na toll. Da bin ich gestorben, weißt du schon? Du bist genau da runter gegangen, wo ich gestorben bin, Dude. Okay. Und du hast gesagt, du bleibst da oben stehen. Ja, 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 ja. Ich doch. Ja, ja, da... Du warst da nicht mal. So. Alter! No homo, hab ich oder wat? Ja. Er nimmt die... Er nimmt die Wand durch. Da warst du vorher nicht. Doch. Doch, da war ich auch. Hier, hier war ich nur. Komm. Folge mir. Hier, folge mir! Nein! Jetzt kommst du, Alter! Nein! Nein! Okay, warte. Das Ali... Ali-Mations... Migrationshintergrund, Erz. Scheiße, ich hab keine Heiltränke mehr. Du schießt auch in der ganze Zeit Und ich benutze mein Schwert